Ich bin auf Befehl von Tribunen Brimstone hier. Berichtet. Sie kamen aus dem Boden, ohne Vorwarnung, bevor wir Alarm geben konnten. Schaufler und Flammenlegion. Und Eier-Trupp? War hier postiert? Ja. Einige sind tot. Der Rest hat sich hinter dem Südtor verschanzt. Hier ist der Schlüssel. Die Inversoren haben sie verfolgt. Valaria, sprichst du hier mit dem... ...Bizzi, oder? Nö. Wir machen das schon selber. Ja, ich höre nur gerade zu, was die so erzählen, ne? Untersucht das Trainingsgelände. Müssen wir da wieder zurück, ne? Ja. Husch, zurück ins Nest. Hier hoch. Hey, ich hab doch den Schlüssel. Ne, du nicht. Die vertraut man sowas nicht an. Man weiß, dass ich gar keinen brauche. Deswegen. Da ist das Tor. Lasst mich das machen. Gewinne Adrenalin. Oh, hier liegen, äh, tote Leichen. Oh, verrostet und zugeschweißt. Husch, weg! Ich will nicht noch einen Tier gefährden. Verrostet und zugeschweißt. So reden die. Das ist normal. Eine bedrückende Stimmung hier. Es mag an den ganzen Toten liegen. Nein! Oh, oh. Das musste ich tun. Das ging nicht anders. Ich dachte, wir sollen dir was untersuchen, aber ich kriege ja nichts zu untersuchen. Die sind alle... Verteidigt Rocks, während sieben Brutstädte untersucht. Ja, Rocks untersucht. Und das heißt, von unten kommt jetzt jede Menge Spiel. Und da sind wieder Portale. Ach, zum Guckuck, ich will Damage machen hier. So. Oh, oh. Das ist schon besser. ein elementar zu holt wunderbar 60 eindringlinge erledigt das läppert sich und geht das mit diesen eindringlingen von denen er erzählt da manchmal so eine einblendung rechts unten mal vielleicht hast du das ja schon gemacht deswegen jetzt nicht aufpassen rote kreise am boden ich lege noch ein paar von meinen da juhu level up hat sie mein xb-balken ist auch schon wieder ordentlich angewachsen haslo du müsstest dich mal heilen vielleicht aber ich glaube was wir schon interessantes mitnehmen können das sind ja offensichtlich die schaufler die sich mit der flammenlegion verbündet haben das ist eine doch polische entwicklung hast du solltest dich jetzt wirklich heilen ja oder auch nicht na weil du dich nicht geheilt hast du wurdest wahrscheinlich unterbrochen beim heilen das hat sich gerade auch schon die haben irgendwas was eine ziemlich lange betäubt oder ich weiß nicht mehr wie dieser zustand heißt der einen fähigkeiten ausfüllen die naht verwirrt oder so aussehen die kampfstandarte durch die gegend getragen das ist auch ein schöner job ja hier wir protestieren wir protestieren keine machung auf land die rüchte märsche sind vorbei die rüchte märsche sind vorbei ich muss mal selber heilen ich muss mal selber heilen hoppla ja aber zu looten gibt es hier äußerst wenig ne? ähm nicht zu sagen gar nichts oder habt ihr schon was gemacht? ok so kann man es auch daran aber Was man hier an Munitionen verpulvert, müsste ja ein bisschen was drin sein, ne? Ja, stell dir vor, du müsstest tatsächlich für dein Gewehr noch Munition mit dir immer schleppen. Ja. Ich sag dazu ja nur die RUC, ne? Ja, da musste man früher ja auch seine Pfeile und so, aber das wird dann auch irgendwann weggepatcht. Voll scheiße. Ja, ich mein, auf der einen Seite ist es schon angenehm, das nicht machen zu müssen, aber das hatte schon was, wenn man da wirklich seine Pfeile immer bei sich haben musste. Oh, und das Gift, alter. Das ist ja, glaub ich, immer noch so. Jedes Mal, ja, das ist auch noch immer so. Jedes Mal neu vergiften, nachdem du gefeuert hast. Würde man heutzutage, glaub ich, nicht mehr so machen, aber... Ich weiß, dass es unendliche Munitionen haben, ist auch ein bisschen seltsam. Ich möchte es nicht kaufen. Aber wir sind doch, äh, Pro-Gamer und nicht Casuals. Äh, total Pro. Und Casual ist was zum Anziehen und vielleicht noch Eis. Gebt auf! Ihr seid umzingelt und in der Unterzahl! Die Stimme. Ein Tiergefährte scheißt furchterregendere Dinge als euch aus. Äh, erst die Kleinen. Das hab ich gesehen, ich hab's gesehen. Du hast sie super herangezogen. Oh, Kreisebrauswind. Kreise. Böser Natur. Kornkreise. Hundert von hundert Eindringlinge getötet. So, das ist der letzte von den Kleinen. Dann können wir den, äh, Ober-Modz... ...beseitigen, erledigen. Ja, bei so konzentriertem Feuer, da verdampft der ganze Ordentlich. Komm hier, mein Pet auch noch mit drauf. Jawoll, ach, das ist ja so. Herrlich, aber herrlich. So, der droppt doch jetzt aber wohl was. Ja. Blaue Handschuhe, super. Sonst gibt's nix? Ne, blaue Stiefel bei mir, mehr auch nicht. Fußbogen. Ich bin auch irgendwie noch im Kampf. Aber danach verfolge ich sie. Oh, Talaria. Ne, war ja wieder klar. Aber 65 nur. Ja, das passt ja für mich. Ich bin ja 69. Kann's... Ja gut, kann's nicht zerlegen, mein' ich. Also nicht sinnvoll. Ja, aber das kann ich tragen. Das brauche ich. Sieht ja richtig toll aus. Oh, komm. Die Brutstätte abgeschlossen. Ein Karma-Geschenk. Uiih, das zieh ich mir sofort rein. Und Beutel mit Münzen. 3,6 Silber und 3,35 Silber. Naja. Ja, ist jetzt nicht die Welt. Ne, aber... Warum bin ich denn immer noch im Kampf? Seid ihr auch noch... Was habt ihr denn so an, äh... An, was solltest du sagen? An Karma. Moment, ich hab nicht so viel... Ladescreen. Ich jetzt auch. Ich habe 64.779 Karma. Positiver Natur. Ne, ich spiel den... Ich spiel den Charakter ja nicht so oft, deswegen hab ich nicht so viel. Ich hab 89.000. Und es gibt, äh, eine E-Mail. Mit weiteren Belohnungen. Hast du gerade gesagt, 89.000, so hättest nicht so viel, nachdem Deutran gesagt hat, er hat 65.000. Ja. Ich hab 69... äh, 64.000, doch. Ich dachte. Ja, Gott. Aber mit dem kann ich auch nicht. Ich hab 94.700. Also fast 100.000 von mir. Manche Leute haben ja noch ein RL. Hahaha. Ey, ich schau jetzt noch weiter. Moment, jetzt will ich erstmal hier meine E-Mail-Belohnung begutachten. Und zwar einen Beutel mit 12 Plätzen. Das finde ich klasse. Und nochmal Karma. Und nochmal Karma. Also das finde ich schön. Das ist schön. Das ist sehr schön. Denn meine Beutel haben... Löcher. Und ich hab noch drei Zehner. Auf jeden Fall. Da tausche ich direkt mal einen aus. Ich hab sogar noch einen Achter. Zwei Achter. Ja, siehst du, das lohnt sich doch. Und die Karma. Das Karma-Geschenk ziehe ich mir auch rein. 2000 Karma mal eben abgesahnt. Ist doch super. Hat jemand von euch leichte Rüstung? Ich hab leichte Rüstung. Ja, wir... Kabbalisten-Bahnschutz des Schamanen. Äh, tu mal in Chat. Klick mal... Halt Shift gedrückt und klick mal drauf. Und dann drück Enter. Oh, ein Baum ist ja nicht schön. Oh... Der ist ja schön. Da drückgucken. Das ist ja schön. Hast du? Ah, sehr schön. Äh, der ist... Äh, ist zwar super, aber ist Level 74. Das heißt, es ist... Kann ich erst quasi in 20 Leveln anziehen. Nee, dann lass mal. So. Äh, ich hab hier festgestellt... Ein gelbes... Verschmolzenes Stück Metallschrott. Ja, das kannst du abgeben. Äh, ne, da quatscht es mal so zerlegen und dann abgeben. Okay, dann lass uns, äh, den... Den Rest von der... Verwaltungs-Bürokratie-Aktion, äh... Off-Screen machen oder so. Wir machen die Folge jetzt zu Ende. Beim nächsten Mal nehmen wir uns dann, äh, die andere Instanz vor. Und das wird bestimmt mindestens genauso spannend. Also machen wir jetzt nichts mehr? Nö, machen wir nicht mehr jetzt, denke ich mal. Oder wollt ihr... Na dann. Na, na, ist gut. Dann sagen wir ganz traurig jetzt mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.